Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Eli Moran und herzlich Willkommen. Ja, ihr wisst, wie es ist im Networker-Leben. Manchmal passiert es. Wer den Film Forrest Gump gesehen hat, der weiß, wie das Leben läuft. Manchmal tritt man in die Scheiße. Und was ist die perfekte Antwort dazu? Shit happens. Ja, so ist es. Shit happens. Also im Network-Marketing hat man wirklich diese wundervolle Gelegenheit, ab und zu mal so richtig in die Scheiße zu treten. Fettnäpfchen ist auch okay, aber shit happens. Und das ist das Wichtigste, was ihr euch auch denken müsst, gerade jetzt im Network-Marketing. Wenn es mal passiert und irgendwas nicht so gelaufen ist, laufen sollte, dann heißt es einfach, shit happens. Ey, passiert. Mein Gott, was soll man machen dann? Also auch im Network-Marketing passieren Dinge, die so nicht passieren sollen. Ihr macht Fehler. Ihr macht irgendwie etwas, was nicht so sein sollte. Irgendwas klappt nicht. Ey, shit happens. Das ist kein Problem. Hauptsache es geht weiter. Auch Fehler dürfen gemacht werden. Fehler sind gut. Man soll es hier nur nicht zweimal machen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also Network-Marketing, shit happens jeden Tag. Also denkt daran, macht es dann auch wie Forrest Gump, weil lauft einfach weiter. Das ist der Punkt mit dabei. Setzt euch ein Ziel, lauft los und Forrest Gump ist wirklich der Film für Networker, wie es funktionieren sollte halt. Also daher ist es sehr, sehr wichtig halt. Shit happens auch im Network-Marketing, aber lasst euch eure Laune nicht versauen und lauft immer weiter. Das ist das Wichtigste immer. Forrest, lauft und vergiss nicht dabei, ich spreche mit 10 Leuten.